Roborock präsentiert den neuen Roborock S5 Max und der S5 Max ist nicht, wie man dem Namen nach vermuten könnte, zwischen dem S5 und S6 angesiedelt, sondern tatsächlich das neue Roborock Spitzenmodell. Der S5 Max bietet die gesamte Funktionspalette des Roborock S6, hat aber eine in vier Punkten doch deutlich verbesserte Wischfunktion. Also, neu ist, dass eine elektronische Wasserpumpe verbaut worden ist. Früher wurde das Wasser durch passive Filter so einfach nach und nach abgegeben. Die elektronische Pumpe gibt jetzt genau so viel Wasser aufs Wischduch, wie der Benutzer über seine App einstellt. Da ist so ein kleines Rädchen, was sich dreht. Die Pumpe ermöglicht aber noch mehr Möglichkeiten und zwar lässt sich jetzt erstmals einen Zeitplan für die Wischfunktion terminieren. Das war mit einem passiven Filter einfach nicht möglich, da der ja konstant Wasser abgibt und da kann man den Roboter nicht einfach stundenlang mit vollem Tank stehen lassen. Die dritte Neuerung ist, dass der Wasserbehitter mit 280 ml etwa die doppelte Größe der Vorgängermodelle besitzt und Punkt 4 ist ein ebenso cleveres neues Software-Feature und zwar die Einführung von sogenannten No-Mob-Zonen. Bedeutet, ihr könnt auf einem und derselben Map No-Go-Zonen für die Saugfunktion und No-Mob-Zonen für die Wischfunktion speichern. Der Roboter erkennt dann automatisch, je nachdem ob er gerade saugt oder wischt, welche Zone relevant für ihn ist. Eine Frage, die viele Zuschauer immer wieder interessiert, ist die nach mehreren Etagen. Also, es ist richtig, dass der S6 und der S5 Max Multimapping hat, also es können drei Karten gespeichert werden. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass das nur Backup-Karten sind. Das bedeutet, verwendet man den Sauger, wird durchs Aktualisieren eine neue Karte erstellt und damit fällt leider auch die dritte Karte wieder aus dem Raster. Also, mehrere Etagen sind so noch nicht möglich. Das sollte sich aber mit einem Software-Update beheben lassen. Der Hersteller kommt allerdings aus Asien und da sind große Wohnungen oder Gehäuser mit mehreren Etagen einfach eine große Seltenheit. Daher ist das vermutlich einfach ein unterschätztes Problem, was in Deutschland natürlich viel mehr Menschen betrifft. Aber zumindest gibt es schon mal einen kleinen Workaround mit den No-Mop-Zonen. Also, das große Stichwort beim S5 Max ist die deutlich verbesserte Wischfunktion, Terminierung, No-Mop-Zonen, großer Wassertank und eine Wasserpumpe. Ansonsten ist das im Prinzip ein Roborock S6. Wem die Wischfunktion nicht so wichtig ist, der greift, je nachdem wie viel er ausgeben möchte, lieber zum S5 oder S6. Der S5 Max ist aber aktuell das fortschrittlichste Roborock-Modell und ich werde ihn sicherlich auf diesem Kanal nochmal ausführlich testen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!